Moisens, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ja, hier seht ihr gerade das Commander Krieger Mobil und neben mir ist der Robert. Moisens. Und wir fahren jetzt mal zur Driving Range und knüppeln einfach mal ein paar Bälle in die Kapaten. Bock mitzukommen? Da sind wir nun auf der Driving Range in Düsseldorf. Da hinten wird geknüppelt. Krieger hat sich schon mal vorbereitet hier. Erstmal Bett. Und der Robert ist auch am Start. Okay. Was war jetzt falsch gerade an meiner Art und Weise? Was war jetzt falsch an meiner Art und Weise das Ding zu halten? Ich weiß es nicht. Du hast aber, meine ich, so gehalten. So diesen hier. Und wie hältst du? So. Über den Daumen? Ja. Okay. Aber eigentlich, also ich schlag zu viel, du musst ihn schwingen lassen. Schwingen? Aber mit schwingen kenne ich mich auch aus, ne? Ja, du musst ihn baumeln lassen. So, dann schwing mal das Ding. Oh, Schatz. Ich bin froh, wenn ihr jetzt ihn trifft. Ich auch. Beziehungsweise ich nicht. Ich würde gerne sehen, wie ich getroffen habe. Kacke. Ja, ist mir schon klar. Um es zu verbessern, möchte ich ja ein bisschen... Na ja, best of, oder was? Best of. Welcher? Na bitte, na bitte. Ja, easy. Der war aber eher hoch als rein. Der war schön. Der war schön, aber abschließend. Ja, der rote Fahne ist easy. Der rote Fahne sollte easy sein. Krepelding, ey. Gerade, dass die nicht GPS gestützt sind. So, was du dann hinterher nachvollziehen kannst. GPS-A-Katau mit dem Geodreieck ausmestet. Einmal. Sorry, I got it. Sorry, I got it. A-ha-ha-ha-ha. Das ist ein perfektes Video. Ja, ohne Flachs, ich will es ja gar nicht hören. Ohne Scheiß, ich suche mir als nächstes mal eine Sportart aus. Ich will ja auch vernünftig treffen, ich kann ja hier den machen. Da lacht er nicht mehr, da lacht er nicht mehr. Der fliegt da immer. Pass auf, hier ist ein Anruf aus Turkmenistan. Hier ist was angekommen. Und der sah, oh der ist gut. 100 Meter dammsig. 110, könnte man sogar sagen. Problem ist, ich komme vielleicht ab und zu weiter, aber meine Trefferquote ist nicht so gut. Ohne Scheiß, das ist wie bei den Ego-Shootern. Meine Prezi lässt zu wünschen übrig. 115. Ja, aber deine Fußstellung war... Das waren 120. Ja, hätte es mindestens 240 erreichen können, wenn deine Fußstellung richtig gewesen wäre. Wird Zeit für das erste Battle hier auf dem Golfplatz. Man kennt es ja von uns. Man kennt es ja. Und ich zeige euch mal was die Aufgabe ist. So, erstmal die Kamera drehen. Und zwar haben wir hier links ein weißes Fähnchen. Zoom mal ran. Da. Dann haben wir rechts davon auch noch eins mit einem Kreis. Und dann haben wir da hinten noch zwei rote. Da ist eins. Und da ist eins. Wir machen jetzt Zielschießen. Man hat auf jede Position drei Schuss. Und wer anfängt bestimmt schnick schnack schnuck. Wo die aber sparsam umgehen jetzt. Ego-Shooter. Schnick schnack schnuck. 1-0. Schnick schnack schnuck. Schnick schnack schnuck. Dankeschön. Hier, Kamera geht an dich. White flag. Seh nichts. Schnack schnack. Der war näher. Der war näher. Okay. Den habe ich. Oh. Der ist ein bisschen kurz. Hunger. Bei? Da ist er. Okay. So. Jetzt gucken wir mal, wie der Robert sich macht. Irgendwo da landen. Okay. Der ist zu weit. Deutlich. So. Nur mal so für euch. Noch wird der Kräger knapp. Das ist der Ball von Robert. Nein. Dafür hätte ich fast die Fahne getroffen. Ja. Erste Runde geht an mich. Ja. Punkt für den Commander und jetzt die linke rote Fahne. Wo ist das Ding? Ich sehe nichts. Die Länge war Bombe. Ich sehe, ich habe gar nichts gesehen. Oh, der ist gemeint. Oh, der ist gut. Der war gut. Bin ich mir zufrieden. Der war gut, absolut. Aber ich fürchte, die sieht man alle nicht so richtig. Das werden wir sehen. Den hättest du gar nicht einfangen können? Doch, den habe ich. Hättest du mich brauchen müssen? Ja, die Länge stimmt. 2 zu 0 für mich. Ja, der kommt rein. Leider wieder raus. Da kullert Nummer 2 irgendwo unter den Hügel. Ficken. Da ist er. Da ist er. Arschloch. Ja, er versucht es über Medigolf-Strategien. vor der Kondensstreifen. Ruf mal eben bitte die Leute an dahinten, an den Zaun, dass die mal weggehen. Ja, Moment mal. Einmal hier. So. Tadadadad. Vorsicht. Bist du bereit, ihn reinzufangen? Ja. Jawohl. 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 Da kullert er irgendwo. Da hinten. Wer gewinnt das Ding? Wer gewinnt das Ding? Ja, Klopper, Klopper. Der ging jetzt weiter. Aber ist natürlich vorbei, die Kirsche. Nächste Challenge Mini-Golf. Brachiale Gewalt gewinnt der Robert. Gefühl. Der Commander. Somit bin ich der Gewinner. Ja. Dankeschön. Nächste Challenge Mini-Golf. Wenn ihr es haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt uns auch andere Challenges reinschreiben, die wir machen können. Kicker. Das wäre der zweite über 100 gewesen. Knapp, aber das wäre der zweite, der nicht über 100 geht. Kullert er irgendwo? Und? Ja, ist ja schon armselig eigentlich, weil da hätte ich fast schon die Wette mit den 75 Metern annehmen können. Sag ich mal? Kacke gelaufen. Let's go. Let's go eating. Scheiße. Ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Wahrscheinlich 300 Euro weniger, so wie ich Roberts Hunger kenne. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Oder rein.